Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Die 2. Kompanie wird angeführt, Thema von Hauptmann Dietmar Feinecke. Ich habe wohl schon wieder was. Ja, da kommen die nicht mehr. Ach nee, das ist der. Wenn die das doch hören. Ich habe Ihnen die Schützenbruderschaft Lüchtering St. Johannes unterschlagen. Die stehen hier vorne unter der Führung von Brudermeister Hubert Müller und den Königsfahren Helmut Fischer und Königin Gudrun sowie Benjamin Heine und Königin Alexandra Windel. Ich habe die Schützenbruderschaft Lüchtering St. Johannes und Königin 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 St. Johannes.